Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen eine weitere Runde hier von Shoutart. Ja, jetzt muss ich erstmal hier wieder laden und jetzt muss ich den Funkspruch annehmen und wir wollen den Ort durchsuchen. Ja, hier, da müssen wir unbedingt noch was machen, hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Vielleicht sollten wir unten hier mal die Spielzeugkiste... Wie wäre es, wenn er sich selbst eine Spielzeugkiste baut? Dann können wir da oben ein bisschen Platz machen. Ich glaube, die war hier. Oh, was haben wir denn hier? Eine Umhängetasche. Ja, gut, die brauchen wir nicht. Das war doch jetzt hier die Spielzeugkiste. Ja, genau, die darf er sich mal hier hinten hinbauen. Ja, genau neben das Buch. So. Und wenn er die fertig hat, äh, zerlegen. Mitwirken oder kümmer du dich drum? Wir wollen mitwirken. Was ist los? Schrotflinte, Axt. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein jämleiges Stück Dreck, das hier vor mir steht? Ich bestätige das, dass ich ein Stück Dreck bin, mit... Hey, wen nennst du ein Stück Dreck? Ist die Bestätigung? Das sagt jetzt, ja, bin ich. Du könnt etwas Zucht und Ordnung nicht schaden, Junkchen. Auf meine, ich hab ne kleine Peitsche und dann ein kleines Stück, was ich da hinten reinschiebe. Sind ja Frauen hier alles. Oh je, ich werde mich dir und deiner Truppe anschließen und euch so richtig das auf Vordermann bringen. Ich würde dich wirklich gerne ins Team aufnehmen, aber wirklich, aber sowas von. Doch ich glaube nicht, dass du der Sache gewachsen bist. Tut mir leid. Tja, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Es gibt nicht viele, die mutig genug sind, ohne einem Nein von mir zu sagen. Mach's gut, Zollteart. Ja, das ist sicher, wenn wir uns mit mir anlegen können. Fäuste gegen Axt und Schrot. Mach ich auch immer. Mach ich auch immer. Klingt immer nach einer guten Idee. Komm, wir holen den Hasen rein. Falle leeren. Ach so, halt. Erstmal anziehen, dann Falle leeren. Und da haben wir noch einen Funkspruch. Wir wollen natürlich auch den Ort durchsuchen und den... Ja, wir nehmen hier alles, äh... Naja. Naja. Ah, alles vielleicht doch nicht. Ich wollte nur gucken, ob ich da sowas drin habe. Ja, krass. Jawohl. Ich muss mal hier alle einzeln durchgehen und sagen, was sind eure Bedürfnisse? Wie wäre es mit duschen und reparieren? Du müsstest auf die Toilette gehen und sie reparieren. Du müsstest... Schlafen und es reparieren. Du müsstest was trinken und was essen. Du müsstest... Ja. Die hier oben hinstellen. Ey, halt. Parieren. Parieren. Dann darfst du rein. So, du hast hier deinen Funkspruch. Okay, okay. Du gehst auf die Toilette, reparierst sie. Du machst einfach nur laufen. Ist natürlich auch eine feine Sache. Achso, er zerlegt sie jetzt. Ähm, dann geht er anschließend dann auf die Toilette. Das sieht nämlich auch danach aus. Und wenn er das gemacht hat, dann würde ich sagen, Funkspruch annehmen. Mit fremden Sprechen natürlich. Oh, mit einem Schwert oder einer Stange. Ich weiß nicht genau, was das ist. Hallo, schön hier nach draußen. Ja, wir möchten gerne mit dir handeln. Oh. Hm. Ja, das ist nichts, was wir wollen. Keine Skill-Punkte für uns. Aber wir gucken uns natürlich noch den Ort an. Das dürfen wir ja. Ah. Wir sollten uns aber auch mal langsam angewöhnen, Pflanzensamen mitzunehmen. Und dafür würde ich sagen... Ach komm, scheiß auf die Nägel. So. Wollen wir wieder ein paar Teile bekommen. Spielzeug ist hier unten. Was ist eigentlich mit dir? Du hast Hunger, habe ich gehört. Ich weiß, wenn du mal was isst und danach noch alles sauber machst. Das klingt nach einem Plan, oder? Du kannst mal den Anzug übrigens aufziehen. Wenn du das gemacht hast, gehst du duschen. Und dann... Ja. Was machst du dann? Du kannst schlafen gehen. Was ist mit dir? Du müsstest duschen. Achso, er ist ja noch... Ah, okay, okay. Hier, du kannst schlafen und danach reparieren. Was ist mit dir? Du bist müde. Du könntest mal hier auf dem Weg etwas trinken und dann auch mal... Was? Gab es keine Vorkommnisse. Und dann die reparieren. Alles klar. Das ist ja nicht das Problem. Und dann haben wir ein Objekt untersuchen. Mitnehmen, 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 mit... Oh. Seil kann ich nicht mitnehmen. Ach so, okay. Okay, Seil kann ich nicht mitnehmen. Äh, kein Seil. Wolle, Wolle. Wolle extra. Wolle finde ich wichtig. Und deswegen wird sie mitgenommen. So, du hast einfach nur Lust zu schlafen. Ja, dann geh schlafen. Du müsstest mal duschen und diese Dusche dann reparieren. Ähm, du willst dich gar nicht bewegen, weil du einfach nur auf Klo müsstest. Und nach dem Klo kannst du machen, was du willst. Du hast einfach nur Lust ein bisschen zu schlafen. Was ist mit dir? Ja, hier, dann benutze mal die Toilette und dann repariere sie. Also, was ist mit dir? Du bist einfach nur duschenmäßig drauf und dann ein bisschen schlafen. Was ist mit dir? Ich muss jetzt mal alle erstmal wieder auf einen Punkt bringen. Uh, ein Stück Rohr, aber das kann ich auch nicht mitnehmen, was sehr ärgerlich ist. Warum kann ich das Stück Rohr nicht mitnehmen? Das Stück Rohr. Das Stück vor allem. Na gut, man kann ja von einem Rohr bestimmte Stücken mitnehmen. Hier, komm. Bumm. Ist okay, wie es ist. Tschack, jawoll. Was ist mit dir? Dir geht's einfach gut, deswegen sage ich, hier trainierst du einfach mal. Du gehst sowieso schon schlafen. Du hast nichts zu tun, deswegen sage ich mal hier trainieren. Wir bringen hier alle mal ein bisschen auf Schwung hier. Wir bringen sie auf Schwung. Fühlt sich auch falsch an, oder? Okay, du gehst dann mal nach hier oben. Was ist mit dir eigentlich hier? Nee, ja. Mit dir meinte ich. Schlafen. Seppelchen. Wo ist Seppel? Seppel, geh hier schlafen. Da ist frei. Kannst alles haben. Ja, hier das Objekt untersuchen. Kann ich nicht mitnehmen. Juhu. Gut, dass das nicht geht. Oh Mann. Kann die auch nicht. Kann die überhaupt nichts von mitnehmen, oder? Nope. Ja, dann mal nicht. Du müsstest mal auf die Toilette und diese dann reparieren. Dir geht's gut, deswegen gehst du hier runter und bleibst erstmal da stehen. Ich guck da noch weiter. Ich klicke dir jetzt alles schön durch. Du bist einfach nur doof und stehst hier doof immer gegen rum. Ja, auch. Auch Seppel geht schon ins Bett. Hier wird geackert. Und du bist ein bisschen müde, habe ich gehört. Du könntest mal hier ein bisschen schlafen. Während ich finde Nero, der, weil er da gerade so gut rumsteht, macht einfach mal eine Reparatur. Und dann geht er hier runter, weil bevor er sich rumsteht, finde ich auch doof. Genauso wie du. So ist das Auffanglager. Ja. Zweimal Benzin konnten wir noch... Oh, wir müssen mal gucken, an der Stelle. Ja, guck mal hier, hinzufügen und reparieren. Wie wär's damit? Wir können doch mal anfangen, unsere Sachen hier wieder zu reparieren, oder? Ja, komm, fang mal an. Was kann ich hier oben noch reparieren? Äh, gar nichts mehr, aber du könntest diesmal reparieren. Und dann könntest du mal den Ofen reparieren. Einfach nur, weil wir gerade dabei sind. Die Dusche, ja, die, finde ich, könntest du auch mal reparieren. Dann, finde ich, kannst du den auch mal reparieren. Dann bist du durch. Du könntest dir den mal reparieren. Und dann, finde ich... Ja, hier geht ja auch nichts mehr zu reparieren. Kannst du wieder nach unten gehen. Boom. Ich glaube, die Batterie hatte ich weggepackt, oder? Nee, die hatte ich da gelassen. Das finde ich gut. Gut. Glühmohne habe ich, glaube ich, nicht gehabt. Nein. Tja, dann sind wir durch. Jawohl. Wie sieht es eigentlich aus? Kann ich irgendwelche Objekte recyceln? Habe ich irgendwas wieder mal mitgebracht, was ich nicht zerlegt habe? Oh ja. Clever wie ich bin, habe ich das? Okay. Reifen lasse ich auch mal, schöner Ersatzteile. Jawohl. Die Maschine läuft. Immer daran denken, alles wieder zu recyceln. Ja, ansonsten sieht es, glaube ich, hier momentan ganz prächtig aus. Außer, dass derjenige hier mal dringend schlafen müsste. Dann kann er es auch gleich reparieren. Und du gehst mal hier runter. Ach, warum eigentlich nicht? Wer kommt hier runter? Ich sehe nichts. Nun eine verlauste... Ich weiß nicht, wer es ist. Die sieht auf jeden Fall verlaust aus. Kimberly. Hey, netter Schutzraum. Kann ich runterkommen? Nein. Ja, so macht man das, Leute. So geht man mit Frauen um. Merkt euch das mal für die Zukunft. Kann ich bei dir übernachten, Schatzi? Nein. Nein. Schon habt ihr die Frau am Haken. Das versteht man heutzutage unter der modernen Art, sich rar zu machen. Wir müssten mal langsam das Auto hier irgendwie flott kriegen. Weil wir finden ja nicht die fehlenden Teile. Ich weiß gar nicht, wie andere das schaffen. Ich weiß auch nicht, wie man hier überleben soll. Oder was hier noch fehlt. Ist irgendwas wirklich kaputt? Außer der Wasserfilter. Und ein Boxsack. Ach hier. Du übrigens kannst mal ein Objekt fertigen. Und zwar habe ich gehört... Level 4. Level 4. Level 4. Level 4. Level 4. Ah ja, ja. Okay, den wusste ich nicht. Ich glaube, sonst können wir hier von nichts mehr mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viele dieser Aktivierungsdrähtchen wir hier haben oder brauchen. Die hier. Ich mache davon einfach jetzt nochmal ein paar. Obwohl es Nylon braucht. Sehr ärgerlich. Ah ja. Zwei Stück nochmal für den hier. Ich weiß nämlich... Ja, der braucht zwei. Dann passt das nämlich. Und weil er so fleißig gearbeitet hat, macht er nochmal sauber. Und dann würde ich sagen, darfst du auch mal was trinken. Hier oben. Hier wollen wir mitwirken. Gucken wir mal, was da hier Sache ist. Oh je. Oh. Wir haben ja nicht hier geschrieben. Warum bezeichnet ihr uns alle als Dreck? Sind wir vielleicht dreckig? Oh. Wir haben keine Scheiße. Okay, dann lassen wir irgendeinen Scheiß da liegen für die Tabletten, oder? Äh, wir haben keine Scheiße. Da kommt so viel Linsen werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Er hat uns als Dreck bezeichnet, ne? Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Wir standen da nur doof rum und haben überhaupt nichts gemacht. Und er kommt hier an und beleidigt uns und droht uns hier aufs Übelste. Will ich nochmal so festhalten, dass ich dafür überhaupt nichts kann. Also so eine Frechheit. Kann man das Ding eigentlich nochmal ein bisschen schöner hier aufrüsten? Hier noch effizienter? Guck mal, das können wir uns doch locker leisten. Oh ja. Lockherst. Kann man es danach nochmal wunderbar aufrüsten. Ja, wir rüsten mal hier unseren Strom erstmal, unseren Generator weiter auf, weil der hat es dringend nötig. Oh, ja, komm, hier darfst du auch nochmal. Wir machen dir mal hier richtig klar, den entschiedenen Stromgenerator. Soviel können wir ja auch nicht aufrüsten. Zumindest sind es nicht hier drinnen. Wer ist hier? Seppel? Seppel? Ich weiß, Seppel mag übrigens sehr gerne alles sauber machen, deswegen mach das jetzt. Ja, danke. Oh, die Gummis sind schon ein bisschen ärgerlicher. Aber dann haben wir die höchste Kapazität. Komm, hier, rein damit. Ich bin heute in Spendierlaune. Ich weiß gar nicht mal warum. Aber dann haben wir es hinter uns. Dann ist unser Stromgenerator top. Denen erkennt man bald nicht mehr wieder. Na? Willst du auch Ärger? Hallöchen! Ganz ruhig. Wir gehen hier nur lang. Dummes Kind. Komm nur her. Echt? Was ist du denn für einer? Ja, mach mal ehrlich. Was war denn das für einer? Beleidigt uns? Sag dummes Kind, komm her. Und hat nicht mal eine Waffe? Das ist ja ein verbrannter Spack. Gewehr deine Medizin. Du kriegst Fleisch von dir. Ah, noch ein bisschen Trauma. Ist, das kann die ab. Die ist hart am Nebendor. Danke. Geht's dann hiermit aus? Ich glaub, das macht er schon. Danach. Oder das macht er gerade. Ist ja billiger für mich billiger als das. Ach nee, trinken will er gar nicht. Der hat ja Hunger. Bis ans Limit. Richtig. Genau das wollte ich auch. So, jetzt haben wir den heftigsten Stromgenerator, den es jenseits, weiß ich nicht, der Stadt hier gibt. Ja. Ja. ... und holt eins für seine Sammlung. Ja, ich weiß, wir wären eigentlich jetzt hier schon am Folgenende. Ja. Aber das machen wir gleich, und zwar wenn wir hier oben fertig sind. So, wie sieht's denn hier mit Aufrüsten aus? Ah, die wollen hier überall Gummi für haben, das ist ja ärgerlich. Eigentlich möchte ich hier kein Gummi dafür ausgeben. Keine Wolle. Nylon eigentlich auch nicht. Ach, scheiße. Okay, dann können wir hier oben nichts machen. Dann darf ich ihn wieder ausziehen. Nein, du gehst da nicht runter. Egal, das weiß ich ja gar nicht mehr. Oh, jetzt kriegen wir ein großes Tier, aber ich glaube, unsere Vorräte sind auch fast voll. Na gut, liebe Leute, ich mache, bevor das Tier stirbt, eine kleine Pause. Wie gesagt, ein Däumchen wäre super, wenn ihr den zurücklassen könntet für mich. Also einen Daumen nach oben, dieses Bewertungssystem. Denn das hilft mir natürlich auch, sowohl mein Ziel, dass wir ein bisschen berühmter oder was ist, erfolgreicher werden, weiterzukommen. Außerdem weiß ich gleichzeitig, ah, es gefällt euch und dann könnten wir natürlich noch ein bisschen mehr machen, als wenn ich mir das Gefühl habe, das mag sowieso keiner. Ja, tatsächlich mache ich da natürlich auch ein Augenmerk drauf und eventuell fallen deswegen oder werden irgendwann mal Folgen abgesetzt. Liegt also mit an euch. So, danke, dass ihr dabei wart, trotz allem. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und natürlich in einem anderen Let's Play auch. Danke fürs zu gucken. Tschüss. Tschüss.